hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde lol wir befinden uns hier auf der club der beschwörer fünf gegen fünf und in der mitte haben wir den marco hallo auf der bot lane haben wir den sturm aus als ad carry jawohl ich bin der supporter legendary und auf der toplane haben wir pantalily als garen natürlich warten sonst und den casual haben wir auch dabei als amumu im jungle so im gegner team haben wir lissandra in der mitte ash und trash auf der bot das hammer der reim ash und trash trundle im jungle und jacks auf der top ja ich kotze jetzt schon mal über trash ab ich hasse den den seine scheißkette geht so weit immer kann man mit leben das müssen die mal nerven eigentlich ach meinst du so wie den sprung von ist dass er da keinen schaden kriegt ich finde es richtig und das ist das einzige was ich jetzt ausmacht user in your channel timed out das war der panta lilly jetzt muss ich den hier wieder rein ziehen ich flipp aus ist er schon wieder da guck mal danach das ist gerade vom sturm aus er vergewaltigt gerade seinen stuhl der vergewaltigt den sturm aus er er im stil und prog ist er wird mich verarschen manchmal hast du schlau warum spielst du sie denn ah man es regt mich so ein fisch es ist ein fucking asiatisches schie mail findet euch damit ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit du schreibst ernsthaftig mit den buttons ne wenn nicht an alle senden die taste unter der enter-taste und die enter-taste gleichzeitig dann bist du automatisch in dem chat drin immer ein sprung voran Die Taste unter der Enter-Taste nennt sich Schiff. Ja, aber du kannst nicht. Man kann doch die andere Schiff sehen. Ja, kann man auch. Die benutze ich immer. Jetzt mach ich noch mein Job. Na, ob ich noch rechtzeitig reinkomme? Wird's auch. Mit mir? Der Rage quittet hier andauernd. Okay, Hauptsache da stand gerade ich hab'n 517er Ping. Okay, danke. Jetzt hab ich'n 312er. Nö, Problem. Damn, last setting. WTF, was willst du denn? Jacks, der will nicht. Spielt der jetzt in der Mitte? Alter, Jacks in der Mitte, was ist denn Diss? Ja, Lysandra auf der Top gegen niemand. Gegen niemand. Ob niemand das halten kann, wer weiß. Ich sag' doch, er geht AFK-Lane. Hab' ich's euch gesagt? Alter, spring mich doch nicht an. Arsch. Soll ich gegen Jacks in der Mitte machen? Ja, guck mal, wenn ich das hier einmal getroffen bin. Hm. Ey, soll ich die Ash bei Gelegenheit stunnen? Ver. 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 Oh, jetzt hat Trunly mir weggesmited. So ein Pimmel, ey. Ich bin slain. Und er verprügelt mich wie ein kleines Mädchen. Großartig. Nennt sich. K-K-K-Counter-Jungling. Guck mal, der will mich immer einspielen, ey. Ich hab's mir anders überlegt, ich geh auf die Lag-Lane. Alter, wie hoch ihr schon alle seid. Ah, Bro. Pick. Wie big ich sein Ward gecleared hab. Ich pick. So. Wie gesagt, das ist Ash bei Gelegenheit Stunnen, ne? Hm. Geht Trash auch? Nein. Okay. Ey, ich komm nicht an die Last Hits dann, ey. Der spielt mich sonst sofort an. Ey. Hat die sogar fast getroffen. Aber nur fast. Okay. 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 Nassist hätte ich noch fliegen. Ja, sorry, aber ich musste unbedingt meinen Blue und meinen Red wieder haben. Ich soll den Stun von Leona mal verlängern, ich kann die Ash nicht stunnen. Ich bin bereit. Wir verändern für dich jetzt das Game. Ja. Ich mein, warum nicht? Ich kann wieder Big Stun, ne? Alter Schwede, ey. Also mit dem darf ich mich nicht anlegen. Hm. Hm. Was max man bei Leona als erstes? Die W? Kann, ne? Ähm. Ja. Ja. Gabriel, willst du in die Mitte? Hm? Nachdem er auf den Top gestorben ist, damit die Lanes ausgeglichen sind. Metano ist Level 5 von, ich fang ab bei Level 2, alter. Ich denke, du in die Mitte. Ich dachte doch, er muss noch oben sterben, damit es ausgeglichen ist. Oh, what the fuck? Das war eng. Na? Ich sollte so... Irgendwie so Wahrsagungen... So... Wahrsagungen machen. Wahrsagungen. Nennt man das so? Ich glaube in der Mehrzahl heißt es dann Wahrsagungen. Der Gerät. Der Gerät. Der Gerät ist jetzt Level 6, Cry. Der Gerät ist auch Level 5. Fick dich. Ich glaube Level 2, ey. Ja, block 3. Pro, 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 Pro. Hey, wo... Mecken wir uns den? Top für CsS. Ja, schöne Sache. Schöne Sache. Hat er davon... Als erstes hat er sogar den Red geklaut, nicht getötet, und jetzt ist er im Level 1. Was ist das denn? Der hat gegen mich gespielt, yeah Also gegen den Sturmos Gegen dich, also gegen den Sturmos Ja Das ist autolose, ja Bereite dir mal hier ein paar Minions vor, mach mal Q durch Gegen die Tons of Damage und so Der läuft in 3 Level über mir Ich mach die Golems und komm dann mal top Weil die ziemlich passiv spielt, oder? Geht Weil die wenig Mana hat deshalb Die Wellen brechen Jack, wer ist, pass auf Ja, der kommt hoch zu euch Perfekt Für alle Supporter, die Leona spielen und es noch nicht wussten Man kann ziemlich einfach Wards clearen, wenn man Auto-Hit, Q Auto-Hit macht Bitch in your face Geile Sache Kommt bestimmt Trund hier angetanzt Ne, Trundle ist unten Ja, aber geh mal zurück Du hast schön Gold bekommen Ich kann hier noch weiter fahren Ja, geh mal zurück Ah jo, ich hab Ult Wollen wir dich zerstören Wollen wir dich zerstören? Ja, jetzt bin ich übrigens auch Level 5 schonmal Nach 8 Minuten oder so Ach, mach dir nichts draus, man Habt ihr Mid-Tower save, der down Ja, wenn ich mich noch vor zu bin Immer ein Sprung vorab Sind to the dead Ach, scheiße Was macht denn Trundle permanent da unten Setzt der da unten Keine Ahnung Feeden Sorry, ich konnte den nicht landen Oh Crash ist ein Clown Da weiß ich wie man wardet einem Die haben jetzt wieder geschnitzt Jax ist jetzt wieder top Ja, soll ich jetzt wieder in die Mitte oder was? Natürlich Die hat ihre ulti eh grad nicht Na und? Also meinetwegen können Sturmaus und ich auch in die Mitte gehen Also meinetwegen können Sturmaus und ich auch in die Mitte gehen Dann gehst du bottom gegen 2 oder top, dann geht er top gegen, äh, dann geht er gegen 2 Auf der bottom Wollen wir daiven? Boah Naja Testerfelger Mitte ist SS Mitte kommt runter, Mitte kommt runter, pass auf Bundle ist auch unser Park Ich rette dich wenigstens noch Der ist so fett, ey Ach scheiße, sein Ult Hat ihn leider noch gerettet Amm Marco, Push Top Tower down, lol Meister Oh fuck, ich muss ja nur gegen den Warum darfst du nicht top am um? Was machst du da? Du stehst einfach so Ja, ich wollt grad unten einen Ja, dann hilfst du, dann geh doch runter Ja Aber letztlich kannst du ja einfach stehen Achtung, Jax SS Ja Ach scheiße, jetzt hab ich ja wieder Geld für Wards Ich geh nochmal kurz back Sind die hier zu zweit in der Mitte Ist cool Üsch Hajo, Bauermann, hör deine Eltern im Hintergrund Hajo, Bauermann, hör deine Eltern im Hintergrund Du hast Spaß mit dem Blue, oder? Hm, ja, ich mach grad irgendwie nichts, aber Kommt ihr jetzt fett Double-Gank-Bot? Warte mal, da ist ein Pink-Ward drinne Das ist so Ich bin zu nett Ach, die gehen nicht back Okay, dann gehen wir mal rein Bam Ja, lauf noch durch die Wand, weißt? Ja Genuked haben wir sie einfach Wenn's ein bisschen spaßiger wird Haha Ja, mir ist doch spaßiger Dann machen wir den Dive Ja, ich ging da hinten Ja, ich ging da hinten Ja, da würde ich mich überlegen Glaube ich Was macht'n der für'n Damage, der Knüppel 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 Der Knüppel Der Knüppel Der hat mich verknüppelt, hat er, ne? Der hat mich verknüppelt, ne? Gar nicht schön Komm, aber die Big Place von der Lissandra Oh, arme Kralle Kriegt'n der dich, oder was? Oh, locker Puh Ich glaube nicht Oh, fuck Das ist ja gut War'ne Scheißidee War'ne Scheißidee Das, ey Epic Die sind so doof, ey Oh, wie Lol, ich hab echt und echt überlevelt Lol Die Ash wird auch von uns permanent gekillt Die hat 0,4 Ey, aber Die hat'n Aim wie ne Doch Kate War' hier Und sie schießt ihr'n Arrow nach da Äh Kennt ihr schon? Meine Ulti wird mir angezeigt, dass ich sie habe Aber ich drücke R R R R nichts passiert guckt man nach ob ich bei euch die ulti habe ja so genial ich konnte gar nicht machen ich bin noch nie so was hässlich rieselig achtung marco da sind ein paar leute ein paar pädophile hast du high? ach du scheiße voll verarscht oh die rennt mir her in frankreich wird alles wie? guck mal die ist hand dran ey komm ich hab gehört boah drackel du hast sie auch nicht bei mir wird es angezeigt dass du sie nicht hast ja geil ab wann habe ich sie bitte wieder jetzt jetzt hast du sie wollen wir mal drake machen? ja da hab ich die grad schön verarscht das big waveclearing auf der bottom v Sein Kunst stützt ihn? Dumm, dumm, dumm Loll, ich hab trotzdem fast noch PV mit der Gegner aus dem Jungler Oh fuck, scheiße Idee Doch so scheiße, die Gegner Die hätten mich schon 3-4 mal killen können, machen es aber nicht Äh, mit Sandra kommt schlecht zum Gegner Äh, jetzt habt ihr Probleme auf der Talk Ach wo? Äh Gott Die sind einfach schlecht Da schau, nicht mal nen Ash Arrow trifft sie Alter, das ist zu viel Ballern sie alles raus, kriegen nicht mal nen Kill Ach Ach Ja, okay Wie hab ich den Lied? Oh shit Oh shit Float sie oder so Yo, Jax hat unseren Red gemacht, ne? Egal Wir haben grad 4 Kills auf der Bot gemacht Und nicht einer ist gestorben Nein, ich hab aber davon zwei Ich schwör, das sind so ne Bronzetypen Und selbst Bronze und? Aber ich denk's 3-Level höher als ich, man Was ist? Da killt mich der Arsch Was ist? Ey Alles was im Hintergrund immer gesagt wird, musst du so fett auf dem Bildschirm einblenden, Marco Das wär ultra lustig Ja, ist das für die Arbeit Ja, aber der bringt halt nur alle 3 Tage ein Video raus, aber jetzt haben wir geile Das wär richtig geil, Mann Das wär richtig geil, Mann Baby, wirst du nicht mehr auf der Top? Ach, shit, das weg Jetzt brauchst du nicht mehr Ich hab gehört, ich hab schon 10 Assists nach 16 Minuten 6 kommt nach unten, übrigens Was will der Jax machen? Ey, bleib mal hier Was willst du machen? Bleib mal hier, bau, bau, bleib hier Oh, der hättest du auch noch bleiben können Bäh Alter, nee Marco, ich dachte du warst Damage Ja, ja, genau Ich hab ja noch nix Hehehe, hab ich sie alle gekitelt Jetzt musst du Top-Split pushen Mission failed Ja, komm, bleib mal hier, bleib mal hier, komm 4 Gegner auf der Bot und kein Link Oh, Garen ist tot, Garen ist tot Äh Okay, aber wenigstens hast du sie schnell zurückgechlagen Nur zum Last Hitten machen Ja, aber er wollte sie wegschlagen, damit die weggeht Sonst hätte die Hände zerstört So sieht aus Boah, durch diese Attacke ist er dann halt weggegangen, weißt? Ich hörte das Ich hörte das Nice 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 Hehehe Schon mit denn durch Kann es sein, dass Amomo so ein bisschen so ein Trash-Counter ist? Counter einfach jeden, der schlecht spielt Achja Ne, der Junge ist schlecht, ganz ehrlich Keine Ahnung Die ganze Bot-Lane von denen ist irgendwie full-retarded Bleib mal noch dem Moment hier, bis Yona, die alte Fursch da ist Egal, ich hab dir nicht übel, dass ich die ganze Zeit nur auf der Top-Lane gammel, Alter Ich hab gar kein Bottom-Doppel-Kill Boah, fuck, Alter Sorry, aber Egal Da hat die Lissandra gar nicht aufgepasst, hab ich das Gefühl gehabt Dung 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 Der Hai kommt auf die Bot-Lane Boah, er hat mich, äh... Schlecker, boah, er hat mich geschlagen Heile, heile Hitler Oh Gott, ich hab so einen Aim Oh jee Oh jee Ich dachte, er geht weiter nach unten Aber er ne, er bleibt stehen und macht sein Hook So'n Spacko Bleibt die Sandra jetzt hier? Geht uns ein bisschen Die sind irgendwie permanent zu viert auf der Board Oh... Lass ihn sterben Er ist nicht wert Ich wurde auch hin und her geschmissen davon Das fand ich jetzt nicht so nett Fett gestunt In your face, bitch Keine bösen Wörter Keine bösen Wörter Ähm, ich bin jetzt... Ah, gooo Ah, jetzt hab ich grad den Hai gehabt Come on Jo Sehr schön Und jetzt seid ihr beide tot Nein Doch Ah, nice Al, was machst du? Ihr werdet beide weggekommen Die kommen auch beide weg Nein Oh nein, er hat einen Stump Jetzt lauf Oh Dolly, das hat gar nicht getroffen Aber egal Ach, scheiße Was wundert mich hier noch in dem Spiel? Der Pfeil war aber wirklich übel daneben Egal Ja, wir müssen denen jetzt ein kleines Erfolgserlebnis gönnen Damit die nicht aufgeben Damit Marco mehr zum Hochladen hat Genau Genau Und seine Festplatte noch voller wird Genau Dann kann ich ja... Dann kann ich nachts wieder irgendwas durchrendern Richtig, richtig Ach, pfff Ich bin jetzt gleich Level 12 Ich mach mal jetzt ein bisschen Teamfight mit Ja, das wäre empfehlenswert Ja, das wäre empfehlenswert Komisch, komisch Ach, die hat voll Angst vor mir Aber hätte ich auch Brake ist wieder da Machen wir den mal Ah jo Counter war da noch Ich bin dabei Okay, bis ich da bin, seid ihr fertig, Leute Nee, so können sie mal Awww Awww Mein Special Effect zum Schluss Ey, der kann sogar Tonlos noch noch nehmen Nicht schwer Der Hai war schon längst raus, soll ich ihn zurückrufen? Nein, mach keinen Damage Der Lily will den kill No No Wir sind jetzt hier zu viert Wo ist ein Garen? Garen? Mit der Pfanne Alessandra pusht Stefft mal Ja, ja, ich geh schon hin Nee, ich bleib auf der Botlane Der Gegner hat einen Turm zu stehen No bitch please Die haben aim wie so ein totes Tier, ey Hahaha Vielleicht mit der Laterne Ja und ne Er geht mit seiner Laterne und seiner Laterne mit ihm Oh, wie er es genau in die Pink Ward range stellt, finde ich ja sehr sozial von ihm Anstatt die weiteren Ich denke immer ein Schritt zu weit Uff, ach so, oh Ach da ist ja nichts mehr Habt ihr gar nicht gesehen die beiden da? Schade Ey, warum ist der Pfiff dann nur in der halbe Geschichte? Ach scheiße Hamumu, warum tankst du das nicht? Weil ich daneben gebandagiert habe Bandagiert Bandagiert Da war die Rolle nicht mehr lang genug, ne? Ich hab gehört Cooler P, Leona Hab da was gefunden, denn Werbe jetzt Oh Okay, das war irgendwie klar Ja, wir wollen uns ja nicht zu schnell beenden, was Der Move sah schön aus Das sind die Big Plays hier Oh Sieht schlecht für dich aus Okay, kein Stun Du kommst vielleicht wirklich noch weg Helft mal dem armen Garen da Nee Ey Nö 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 Bisschen zu spät Warte, Alter, scheiße Alter, wie hart war denn der Kopfschüsse? Daher kam ja gerade ein Arrow Ich denke, alles aus dem Ja, da kam ein Ash Arrow Der aber irgendwie nichts getroffen hat Nee Leute, dort dort Damage In Werksal gewartet hast Leute, dass du ein Double Kill bekommst Bam Jetzt pusht mal Mitte und Top Bin dabei Casual sein Mikrofon ist Deaktiviert Ah 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 Ja, regt ganz kurz mit Luna Okay Da ist was auf Support hier jetzt, Full AP Warden tut bei denen sowieso keiner Aus Amo, ich komm von hinten Amo, ich komm von hinten Hitting spree Awa, komm, das hätte der kommen sehen müssen Und sehr schön Ey, ich bin nicht auf zu dürfen zu tanken. Ich bin kein guter Tank. Als Garen. Merkens. Oh, armes kleines Amumu. Was ist hingerichtet? Mide, 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 Mide. Mide, Mide. Ja, wir müssen hier noch den Inhip machen. Oh. Alalalalalalalala. Ja, also ich würde mal sagen, das Spiel ist echt schwer. Ich glaube wir verlieren das noch. Kann gut sein, ja. Wenn wir einmal nicht aufzunehmen. 10.000 Abumu, der ein paar Full-Items hat. Ach, die Gegner, die hauen jetzt ihre Big-Bronze-Moves aus. Und dann gewinnen die das noch. Ey, wie ich nicht ein euch den Killarbeiter, ich hasse euch doch. Oh, Mann. Ich werde doch noch scheiße. Marco, du bist zu schlecht. OMG, Fide. Ja, wenn ich jetzt nicht gekillt hätte, würde ich sagen, okay, aber ich habe ja noch wenigstens was getötet. Ach, Woh. Ey, wartet mal. Amu macht eher Spaß, weil man die Hand durchs Qual hat, ja. Also, Leute, Ruhe. Kauft doch mal. Ja, ich muss doch erst anhalten, ich glaube. Ah. Ah. Musste erst Tanki werden, bevor ich schaden habe. Oh. Oh. Ja, und so schnell ist es vorbei. Oh, ne Pink-Board noch gesetzt. GG. 1-0 Gryffindor. Du bist der Beste. Dembo, du bist der Beste. Ich weiß. Ohne dich wäre hier das alles nicht möglich gewesen. Ja. Ich bin sogar noch über unseren Supporter überleveled Harbiter. Super. Du bist ja auch nur oben rumgegammelt und hast gefahren. Was willst du sagen? Na und lass mich. Dafür hat dich mehr Gold als du. Na und lass mich. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.